Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dieser kleinen Videoreihe diese Woche gibt es sozusagen die Strecken, die mir dieses Jahr ein richtiges Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Und die Line, mit der wir heute starten werden, ist die Line, die mir den absoluten Adrenalinkick besorgt hat. Und zwar die 99 Jump Line im Bikepark Schladming. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich sage nochmal ganz kurz zum Schluss etwas, warum diese Line einfach einem so ein krasses Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich muss ja auch wissen, dass es da kommt. Viel zu weit. Tschüssi Ich guckee okay. das geht okay oh Ohohoho! Scheeze! oh 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 Okay Yes Oh 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 Ah, shit! Da ist nicht raus Da ist noch die Kraft weg, gar nicht mehr. Ja, abkehrt. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Untertitelung des ZDF, 2020 Also warum macht die 99 Jumpline einfach so unglaublich viel Spaß? Eigentlich ganz einfach, weil die meisten Jumps darauf sehr sehr intuitiv einfach funktionieren. Ich bin die Strecke nur zweimal abgerollt, wie ihr wisst, wenn ihr die Reihe aus Österreich geschaut habt. Und bei dem zweiten Run sah das schon so aus, wie jetzt hier. Ich bin einfach nur Leuten hinterher gefahren, die die Sprünge gut konnten und die das Tempo wussten. Und das hat dann schon ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, man kann noch viel, viel schöner das Ganze fahren und richtig, richtig viel Spaß haben. Und das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr in Schladming nachholen. Denn ich war hier auf keinen Fall das letzte Mal und kann es auf jeden Fall herzlich empfehlen. Lasst gerne ein Abo da Leute, aktiviert die Glocke, denn schon morgen geht es weiter mit dem nächsten Run und der nächsten Strecke, die mir dieses Jahr besonders gut gefallen hat. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.